Was hattet ihr jetzt drin? Äh... Nein, die hier! Eingriss-Paket... Kaufe ein Auto... Ich komm gar nicht mehr bis zur Vorratskiste, Leute! Äh... Achja... Nein! Sturmsoldat AG 36 Und mein Silent, für den hab ich auch was freigeschalten Äh... Schnee klassisch? Keine Ahnung Jaja... Okay Achja... Wir sind ja schon in der neuen Aufnahme, oder? Es waren schon zwei Level gerade, oder? Äh... Ja... Alle Levels sind gut Keine... Ich hab nicht mitgezählt Mich auch nicht, ich mach einfach bei jedem danach einen Cut Achja... Nachher noch Bock auf Versaken World... Cuttesprüfung Kannst du euch machen? Du! Mit dir! Ja dann! Nein! Gut! Du! 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 Na! Macht's Campen Spaß da! Neben der Säule! Ja! Macht anscheinend Spaß das Campen! Ich hab doch sein Gesicht gesehen! Kämpferpussis! Die können echt nichts mehr sehen! Das sind alles kleine Kinder hier! Abknallen! Unsere Aufklärungsdrohne ist uns leid! Hinter uns! Ja! Ich hab dort einen erwischt! Was? Wie sieht der mich? Vor allem wie er mich zuerst zieht! Und den da am Boden nicht! Kleine Verschmassenknie! Werde ich euch mal, ihr kleinen hessigen Komos! Der mit seiner scheiß Schrotflinte! Ach komm! Scheiß Mine! Besonderlich! Willkommen! So los! Willkommen zu hoch! Ging غ animals! Wack! Ging! Für die Flinte! Wack! 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 Ein! Ich hab 2! Und ja... Gibt zwei mit der Semtex erwischt Von hinten passt natürlich keiner auf Ich mach jetzt mal erst mit dem Luftschlag Tschüss Junge Von hinten kommt einer Fahr, Männer Erstmal Luftschlag Hör und wieso deckt mich keiner von hinten hier? Spass, wo treibst du denn durch wiederum? Zwölf, nein Geh weg, 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 weg Einfach drauf halten Zack, zack, zack Nix erwischt, das ist ja das lustige dran hier Das ne... Sagen wir jetzt unser Team zu... Inkompetent Ja, ich anscheinend auch ... Zack Junge Du scheiß Camper hinten, du wichst Gruppel Ha ha ha, Camper lost. 14, 9, 14, 10. Camper win? Du Camper moor. Ha ha, tot deine Mutter. Schön. ACR. Ist sie besser als G36? Ja, also ich mein schon. Macht mehr Schaden, hat aber weniger Feuerrate. Wow, die nächsten zwei sind geil. Kann man entscheiden. Bis denn denn. Tschüss. So, nächstes Level. Snacken wir sie uns. Äh, Village, ja. Ist mir eigentlich grundlegend. Wie wir irgendwie immer Erste sind, obwohl wir voll scheiße sind. Auch für alle Fälle. Der schießwürdige Ralf. Roboman. Mr. Not English. Ja, so geile Namen. Apropos, Stummschalten wäre nicht schlecht. Hoffentlich so ein ganzes. Nee. Ist er recht gemacht? Ich... Ähm... Village. Ja! Da kämpfst du jetzt gleich noch mehr. Ja, die Musik ist vorbei. Achso. Na, den. Ich bin so warm hier drin. Ventilator ist an. Trotzdem warm. Ja, der steht ein bisschen weit weg. Der Zimmer ist ja groß. Dämmert, ich sehe. Keine Gnade. Hui. Ich gebe in meinen Standort. In die Hose geht es. Du meinst, wohl in die Hose geht es. Können wir nicht mal zusammenbleiben? Ja, wie er hinterm Busch stand. Das ist ein hässiges Gesicht, habe ich gesehen. Na komm schon. Trau dich. LOL von hinten. Ja, bei uns im Spawn ist ja... Alter, wie der mich schassiert, der kommt um die Ecke gesprungen und... Gib mir in Herde. Ja, wie der B***. Kleine Kinder haben wieder den Hack angemacht, oder? Wir liegen in Föro. Einfach nur scheiß Klassen. Komm, geh vor. Komm, hör dich. Ich stoße mal zu dir, da. Ich kann auch hinter der Ecke campen. Oh, da ist er rechts. Da war der nächste links. Camper-Team. Alter, wie die schon... Kommt rechts einer. Nächstes einer. Boah, wie diese Scheiß-Waffe, die kann überhaupt nichts. Kommt, jetzt machen wir was hin nach. Sack, Junge. Sack, Junge. Alter, wie die alle da oben campen. Das ist ja Hammer. Natürlich kommen da jetzt Freunde. Trotzdem ist es hier nicht sicher. Drei, vier. Willst du mich verarschen? So, wir sind in so einen richtig geilen Server gekommen, oder? Hinter dir ist was. Boah, Busch-Camper. Oh, holl. P-L-E. Oh, holl. Lol, unten im Kernelcamp da auch einer Redator Alter, wie die alle campen Schlechter Camper Aufklärungsdrohner online Sack, Junge Will ich nicht vorgehen Fick dich Ich höre nicht Steak hören kann ich schon lange Nur kurz So ein bisschen mehr hören Feindliche Bodenluftrakete entdeckt No Fuck Immer mehr Aufklärungsdrohner Aufklärungsdrohner online Aufklärungsdrohner Ist rechts irgendwas? Ich habe es gleich Bombe Oder ich habe Bombe Ja Ich hab einen Wijo Feindliche Aufklärungsdrohner gesichtet Polen können doch campen, sind doch Polen oder? Gerno. Ich hab's ja nicht gefragt. Hallo, PL. Poland. Hm, glaub ich schon. Ja! Nice, Zero. Campmore. Das ist alles so kleine Spassenkinder, die keinen Skill haben. Die ihre Eltern gefragt haben, um die Spiele zu kaufen. Ich hab Abwurf-Eskorte. Kommt zu mir. Aufklärungsdrohne online. Ich hab Abwurf-Eskorte. Kommt zu mir. Aufklärungsdrohne online. Kommt zu mir rumspringen, du Sau. Abwurf-Eskorte ist unterwegs. Du Sau. Klar, ich will letzter killen, ne? Ach, Mann. Wir wurden besiegt. Das darf nicht nochmal passieren. Ich hab ihn grad eigentlich voll reingedrückt. Meine Rede. Für ACR. Ach ja.